Wer ein neues Smartphone sucht, das es mit den Top-Smartphones auf der Welt aufnehmen kann und dazu für gerade mal 500 Euro erhältlich ist, für den könnte das Poco F6 Pro definitiv eine gute Alternative sein. Wer Poco nicht kennt, Poco gehört zu Xiaomi und ist genau die Marke, die dafür sorgt, dass man Top-Geräte für kleines Geld bekommt. Wie das alles möglich ist und was es alles gibt, das verrate ich dir jetzt. Das Poco F6 Pro besitzt ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Display. Dazu gehört eine Bildwiederholrate von 120 Hz und nicht ganz QHD+, aber immerhin mehr als Full HD+. Genau dazwischen pendelt sich das Poco F6 Pro ein und bietet euch dazu wirklich ein ganz tolles Display. Als weiteres Highlight gehört aber dazu auch, dass ihr eine Display-Helligkeit von maximal 4.000 Nits bekommt. Das ist extrem hell und mehr als doppelt so hell wie beispielsweise das aktuelle iPhone 15 Pro. Also wenn ihr mehr möchtet, bekommt ihr hier mehr. Und wem Speed am Herz liegt, um zu zocken, für den könnte der Snapdragon 8 Gen 2, der hier verbaut ist, echt interessant sein. Zugegeben, es ist nicht der neueste Prozessor von Qualcomm, aber der aus dem Jahr 2023. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind die Fortschritte mittlerweile so marginal, dass dieser Snapdragon-Prozessor für euch mehr als ausreichen kann und definitiv eine Top-Performance gerade im Bereich Gaming, aber auch in Alltagsanwendungen für euch zur Verfügung stellt. Android 14 wird hiermit ausgerollt und vielleicht als einziger Kritikpunkt, ihr bekommt verhältnisviele Apps vorinstalliert. Die könnt ihr aber entfernen und schon habt ihr die Möglichkeit, dann euer Smartphone so clean zu nutzen mit dem, was ihr möchtet. Aber nicht nur der Antrieb und das Display ist für viele von euch wichtig, sondern auch die Kamera. POCO setzt hier auf eine 50 Megapixel Hauptkamera. Das Ganze ist für mein Empfinden auf der Rückseite wirklich schön eingelassen und liefert dazu auch eine Top-Qualität. Die Ultra-Weitwinkel-Kamera wird hier mit 8 Megapixeln angegeben und eine 2 Megapixel-Makro-Kamera ist ebenfalls mit dabei. Also falls ihr wirklich diese kleinen Details fotografieren möchtet, habt ihr hier wirklich ein echt tolles Kamerasetup, das ich mehr als nur sehen lassen kann. Auch 4K-Videoaufnahmen sind mit diesem Gerät möglich. Also wer eben auch Videos am Herzen liegt, der bekommt hier das Beste vom Besten. Falls du dir übrigens überlegt hast, dieses Smartphone zu kaufen, dann gibt es vielleicht ein Problem. Denn es geht um die Datenübertragung von deinem aktuellen Smartphone hin zum POCO F6 Pro, aber auch generell die Datenübertragung zu anderen Geräten. Wondershare bietet dir hier mit Dr. Phone wirklich die perfekte Lösung. Denn es gibt gleich zwei Probleme, die ihr damit angehen könnt. Zum einen ist es der Datentransfer, eure alten Daten hin zum neuen. Ihr könnt dieses Tool ganz unkompliziert runterladen, Link dazu unten in der Beschreibung. Das Ganze könnt ihr auf Windows oder auch macOS installieren. Habt ihr das Ganze gemacht, schließt ihr einfach dann euer Smartphone an den Computer an. Ihr habt also jetzt hier die Möglichkeit zum einen die Daten zu übertragen oder auch so zu sichern, dass ihr sie jederzeit wieder abrufen könnt und dann auf ein anderes Gerät übertragen könnt. Sollte es aber trotzdem mal zu einem Problem mit eurem Gerät kommen, dann könnt ihr aber auch mit 150 Lösungsansätzen mit diesem Tool arbeiten. Dr. Phone analysiert das Ganze und löst euer Problem mit dem Smartphone von selbst. Also ihr merkt, wenn ihr irgendwo in Bredouille kommt, dann ist Dr. Phone definitiv die richtige Anlaufstelle, um euer Smartphone zu reparieren oder Daten zu übertragen. Das Beste vom Besten ist dann aber auch mit unter der Akku. Denn der 5000 mAh große Akku ist genauso groß wie der beispielsweise im Samsung Galaxy S24 Ultra. Und jetzt merkt ihr mal den Unterschied, denn dieses Poco Smartphone kann mit 120 Watt Kabel gebunden aufgeladen werden. Ein Samsung Galaxy S24 Ultra beispielsweise nur mit 45 Watt, das heißt mehr als doppelt so schnell könnt ihr euer Poco Smartphone aufladen. Und damit dürfte euch wirklich auffallen, ihr bekommt hier mehr geboten als in einem Ultra Gerät, das mehr als doppelt so viel kostet. Außerdem bekommt ihr bei diesem Gerät das Netzteil mit dazu, was Premium Hersteller übrigens auch nicht machen. Der Fingerabdrucksensor ist unter dem Display verbaut und mit 209 Gramm ist dieses Smartphone auch leichter als seine Konkurrenz. Ihr merkt, das Gerät ist günstiger und bietet so viele Funktionen, dass ihr definitiv kein Ultra Pro Max Ultra Mega High End Gerät benötigt. Also für 500 Euro bietet euch Poco hier wirklich ein richtig tolles gelungenes Gerät. Denkt mal drüber nach, ob das vielleicht nicht das nächste Smartphone sein könnte, welches ihr euch dann kauft. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.